Herzlich Willkommen zurück meine lieben Freunde zu Let's Play L.W. Als erstes haben wir uns noch nicht in einer Gruppe zusammengefunden, da wir erstmal dieses Deathmatch hier probieren wollten, das PvP und das geht nicht wenn man in einer Gruppe ist. Lol, ok. Geht nicht. Also, hast jetzt auch drei, was drei gemacht, ne? Ja, klar. Klar. Hab dich grad gesehen, jetzt bist du aber wieder weg. Da stehst du ja. Ja, da stehst du doch. Wie gefällt dir eigentlich mein neuer Titel? Na, aber wenn du Schifflein würdest... Ah, geil. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja. Mein Pad müsste auch mal gefüttert werden. Ach ja, übrigens habe ich eine neue Waffe. Die habe ich in einem, äh, in einem von diesen Kupferwürfeln gefunden. Chlull. Also, lohnt sich's... Ja, aber vorher hat man ja das Geld gebraucht. Das stimmt, das Problem ist ja nie nur so... 800 Stärker. War es auch eine, ähm, eine angelaufene Kupferkiste? Ja. Schau mal eine auf. Willard Apfelkiste. Cool. Eine Truhe voller Äpfel. Die würde, oder? So auf rechts klicken. Geil, kannst du gleich machen. Ich bin schon dafür drin. Äh, Bio-Apfel, zehn Stück. Boah, geil. Supergeil. Ich brauche mal Geld. Geld, ne. Ne, das kostet was. Sehe ich nicht. Übrigens sollten wir vielleicht... Sollten wir vielleicht das PvP beenden, das wird, glaube ich, sowieso nichts mehr. Äh, ich habe sowieso schon beendet. Warten beenden. Ich muss mal bei... ...Vertumsverkaufen. Gilde the Wit-Gruppeneinladung. Ähm. So. Wir müssen dich ja jetzt erst mal auf Vordermann bringen, gell? Yep. Gut. Was sagst du? Deine Quests sagen... Gleich. Deine Quests sagen gleich. Gut. So kann man das auch bezeichnen. Ja. Aber... Gut. Geht ein cooles, äh, cooles, 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 cooles Dings hier. Ich habe meine Hose. Was? Ähm. Also, der Rai... Der Rai Kiki See wäre was? Rai Kiki See das Feld. Gut. Das habe ich auch noch. Dann machen wir zuerst das. Machen wir das. Kommst du? Okay. Na klaro, wunderbaro. Ich bin schon beim Wasserfall. Ja, ich nicht. Sagst du, wenn du da bist? Ich bin gerade gespart. Ich sehe dich. Kommst du mit? Siehst du mich? Kommst du mit? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Da sind auch gar keine viele Gegner oder so. Ne, ist angenehm. Hey, Black Girly ist aufgeschrieben und der Welt 23 ist erreicht. Ich hätte auch mal laufen müssen, oder? Oh cool, nein. Unten. Du bist schon richtig. Hier, siehst du? Ja. Super geil, super geil. Aber freust du dich eigentlich auch so für Black Girly wie ich? Ja. Ja. Ey, du bist ein Level 23 ist erreicht, ne? Das ist schon. Ja, immerhin. Ja. Kommst du? Ich bin doch da. Lauf einfach weiter. Das muss man nicht verstehen. Ne, lauf einfach weiter. Komm, ist schon richtig. Ich bin schon da. Ich stehe eigentlich vor dir auch noch. Dein Bauchplatz ist gleich. Dein Bauchplatz ist gleich. Nee, also. Ah, verstehe. So, und jetzt Echsenmenschenheiler muss ich umbringen und du musst die Echsenmenschenheiler und glaube ich noch von diesen Saurus-Typen, gell? Die Gelben. Teiler eines Fruchtmanuskripts, Echsenmenschenheiler, genau. Und den Saurus-Soldat. Ja, und den Saurus-Soldat. Da mach du erst mal den Soldat, dann kann ich inzwischen die Heiler machen. Gut. Die Soldaten sind die Gelben, die großen Gelben. Ach so, ich habe ja jetzt einen Kriegsoldat. Das ist kein Wort, oder was? Ne. Das war aber ein Heiler, glaube ich. Die großen Gelben. Die großen Gelben. Ja, die großen Gelben. Nur muss man ein bisschen nach oben kommen, da sind die ja meistens. Ah, das ist doch. Alter, leck das gerade. Das ist doch kacke. Da oben bist du. Ach, hier. Ja, die Gelben. Oh, absolut, hier ein bisschen. Brahlen mit den Skills. Ich brahle mit meiner neuen Waffe. Wenn mir die total gefällt. Ey, hier ist ein Heiler, den kannst du damit tun. Kannst du machen. Erden zur Steuerer. Erden zur Steuerung. Erden zur Steuerung. Gleich durch. Um da er sich erzählt hat, wissenswahrscheinlich so selber nicht, aber naja. Äh, nicht alle haben sowas. Ach so, ja stimmt, da muss man ja. Ja, ich sag das wäre alles nur Kills. Aber stimmt. Du musst dir die Items kriegen. Ja. Alter, ich mach ganz kurz ne Aufnahmenpause. Ich halt das mit dem Leggen hier nicht aus. Mhm. So, und wieder zu. Alter. Gerade angefangen. Schau dir mal die, äh, die ganzen Sachen bis runter. Was ich besser geht bei dir. Warte mal. Ach, du bist auch hier. Oh, ist ja natürlich dein Vieh. Den brauche ich nicht. Den, das hab ich schon mal aufs Kühn erledigt. Gut. Optionen, Grafik ist ja alles auf hoch. Aber sonst klappt das doch auch immer. Ja. Sollte auch. Eigentlich. So, zwei. Es funktioniert irgendwie nicht besser. Äh, ich bin nochmal ganz kurz. So. Hey, es funktioniert. Geil. Äh, äh. Nichts gemacht und trotzdem Grafik wieder hochgestellt. Geil. Super geil. Ach ja, und für die Leute die sich fragen, warum ich hier manchmal Offscreen spiele, das liegt daran, dass ich einer Person helfe aufzuleveln, damit die dann hier mit in das Let's Play stoßen kann. Äh, ich freue mich schon total drauf. Jonas. Ne, P. Zumindest rauscht man dann durch die Dungeons durch wie sonst nichts und kriegen dadurch, dass der auch in unserer Gilde sein ist. Ist, er ist ja schon. Das ist nice. Jonas. Danke für den Buff, den wir dann bekommen. Yippie. Danke sehr. Die krassen Zeitprozent. Yeah. Wir können es richtig helfen. Oh, ist mir grad keiner mehr. Also es leckte trotzdem manchmal rum. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ach, hier sind noch welche. Wir sind direkt zwei. Welche brauchst du noch? Von den Soldaten noch zwölf und von den anderen noch... Alter noch. Dann brauchst du wohl 20 oder wie? Ja. Hm. Ja, ich hab das nicht mehr so gut im Kopf. Das ist schon ein bisschen... Naja, dass ich das gemacht habe. Äh, und wir halten die Folgen jetzt auch mal wieder ein bisschen kürzer. Also 20 Minuten, gell? Ja. Wollte ich nur sagen, weil 30 Minuten und dann noch Doppelfolgen... Ne, 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 ne. Das kann man ja auf Dauer nicht bringen. Ne, ne, das geht nicht. Dann müssen wir wieder anfangen, unser Hasch zu nehmen, ne? Ja. Unser Gras. Ja. Sonst kann man das nicht aushalten. Ja. Und das Allergiemittel dagegen, weil ich ja allergisch auf Gräserpollen bin. Pfff. Keiner war echt schlecht. Lollnück. Ach, das ist ja... Was, das ist ja schon ich entgegen. Was ist das hier für welche? Kriegsvergartenbrüche nicht. Du brauchst du nur die Saurus-Soldaten, ja? Saurus-Soldaten und die Heiler. Waukisch, ja grad noch so ein Stukrum. Oh, ein Heiler. Ein krasser Stukrum. Ach, das kriegt dir ja auch schon wieder die Tötus, krieg ich auch. Ja, ich nicht. Because we are in the group. Ich hab grad keins gekriegt, obwohl du eins gekriegt hast. Ich hab's wieder eins gekriegt. Ja, jetzt ich auch. Wie viel hast du denn jetzt da? Acht von zehn. Ich hab jetzt sechs. Toll. Null. Okay. Das sind bei dir irgendwie viel dropfreudiger als bei dir. Neun. Äh, bei dir irgendwie viel dropfreudiger als bei dir. Das ist wieder gutes Deutsch. Aber echt mal. Ich verbessere so viele Leute wegen Deutsch und dann mache ich so nen Kack-Fehler. Ich brauche es nach acht von den Soldaten. Ähm. Wir sind's. Leul. Ich hab eins freigeschaltet. Äh, freigeschaltet. Ja, dachte ich mir, weil ich grad zwei getötet habe. Ja. Warte mal, wie viel ich da rausgekriegt habe. Keins. Richtig. So, erstmal abschließt. Alter, das war meiner. Nur über Absicht. Ich bin Level 27. Ich seh's gerade, aber wir machen trotzdem noch deine ganzen Quests, oder? Ja, ja. Weil, jetzt haben wir ja einmal damit angefangen und da... So, jetzt hab ich sieben. Hey. Also, ich hab einen neuen, äh, Aufleverungen für meinen, springen und dann übelst Powerattack und so. Geil. Das war so richtig geil als Deutsch, ey. Besser als meins. Das ist auf jeden Fall. Wir sind übrigens links noch zwei von diesen Saurus-Soldaten. Drei. Das ist auch noch einer. Ja, das ist auch noch einer. Ja, das ist auch noch einer. Nein, äh, weiter links noch zwei. Naja, ich hab's noch. Ich hab auch zwei gekriegt. So, hey, jetzt wollte ich noch eins von diesen Fluchmanuskripten. Und für die Leute, die Els wird gucken, ich kann euch, ähm, und auch Luthier geguckt haben, das ist ja, ähm, Mittwoch ausgelaufen, also heute. Wir nehmen das ja gerade Mittwoch auf. Mhm. Auch nachzulesen bei, äh, bei den, äh, bei den Kanalinformationen. Da steht ja immer der nächste Aufnahmetermin drin, ne? Ach, wirklich? Ja, um nochmal drauf hinzuweisen. Und, ja, äh, da kann ich schon mal sagen, dass erstens dieser Typ hier total rumbackt und zweitens, dass dann ab Mittwoch als neues Projekt Super Metroid losgeht. Cool. Auf jeden Fall gucken, Leute, auf jeden Fall gucken. Ja, aber das wird super. 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 Super geil. Total. Also, wirklich, ne? Wird ich nicht so. Ist halt retro, ne? Ist halt retro. Mag halt nicht jeder. Mag halt jeder. Nicht jeder. Aber jeder. Das ist auch gut möglich. Boah, ist das ätzend. Ich baue jetzt noch... Tragungsschlampe. Was? Ach, Schamane. Sorry. Äh, 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 das will ich nicht gehört haben. Nein. Und lass übrigens den Heiler da leben, der da rumsteht, ja? Ich brauche die auch noch. Du brauchst die Heiler nicht. Doch. Ich habe doch, ähm, Fluchtmanuskripte sammeln, da habe ich jetzt nochmal eine gekriegt. Wo ich jetzt 20. Folge, ähm, äh, wahrscheinlich ist das jetzt Wiederholung. Ne, das ist jetzt, ähm, Echsenmensch, heiler, wilder, Echsen-Schamane. Ist trotzdem Wiederholung. Da muss ich jetzt nachgucken. Klick drauf, wiederholen. Das bringt aber ganz schön viel, gell? Ja, das ist wieder... Warte? Äh, das ist ja... Also kann ich die eigentlich aufgeben, weil ich krieg mir trotzdem mal Rixp dazu. Ja boah, willst du das wirklich machen? Das kostet ja... Das wird jetzt so viel kosten, ich meine ja nur. So, dann habe ich das noch die... Ach, das ist wahrscheinlich dann auch nur wiederholen. So, weg damit. Ich mache jetzt alle weg, die wir nur wiederholen sollen. Ja, mach das. So, ich hätte jetzt eigentlich... ...nochmal vor den Katzen machen, weil ich schon wieder rumleckt. Ja, halt mir nicht. Müsst du, müssen... Wir hätten auch noch... Innaß hat das große... Was ist eigentlich die Hauptquests? Die Hauptquests ist Drachennest mindestens schwer Dungeon-Befreiung. Ah, okay. Ach, das Blau ist praktisch immer Hauptquests, oder? Ja. Also klar. Bring dich mal hier mit mir Recht und Sicherheit. Ja. Naja, da ist ein Pfeiler, da stehe ich gerade vor. Ja. Bring dich in Sicherheit und jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen können. Ähm... Äh... Ne. Oh geil. Handschuhe. Kann ich zwar nicht anlegen? Doch kann ich anlegen. Wie geh ins Drachennest? Okay. Ins Drachen, nein, noch nicht ins Drachennest. Ich dachte, er ist die anderen Quests. Darf ich jetzt aber auch noch das Nassupro, äh... Drachennest. Das Nassup, äh... Bergwerk kommt nach dem Drachennest. Ja, deswegen. Probier mal was darunter. Ich dachte, du hast noch Drachenweg und sowas. Worte? Ach, nicht... Leute, Gilde. Ja. Wer ist ein Runeslayer? Das ist so ein Typ, den ich letztes Mal eingeladen habe und der dann zugetreten ist. Das ist ja geil. Äh, warte. Guck mal, ich habe die Sahne auch gerade eingeladen. Ich bin gespannt, was sie macht. Jetzt lies mal vor, was du alles für Quests hast. Ich habe jetzt noch, ähm, dann bei den Heneas Raumzeit. Dann habe ich noch das Drachennest und, ähm, da ist eben Bergwerk. Mehr nicht? Äh. Sicher? Das wird mir nicht mehr angezeigt hier drüben. Oder nicht auf meinen, äh, Quest-Ding. Nicht bei Quest-Standard? Nein. Hm. Gehen wir nochmal zurück an das... an das Brett, weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nur, nur so wenig ist bei dir. Das kommt mir unrealistisch vor. Was macht sie denn da? Dunkle Wolke, endlich. Nicht ganz bald, die Früsse. Ey, die Sahne ist beigetreten. Egal. So, geil. So, jetzt sind wir zu fünft. War schneller, man. Seht auch, so macht man sich Gildenmitglieder. Du kannst da jetzt eigentlich auch zu Kuppeln hinzufügen, oder? Willst du das nicht machen? Könnte man, ist mir aber ehrlich gesagt egal. Hier an das Brettlei oder drüben? Ja, das ist sowas von egal. Brett ist Brett. Binne Maya ist ein Wachstum. Dann kannst du ihr jetzt nur noch Samen geben. Scheiße. Quest. Gildenholen brauchen wir nicht. Ähm, Notizbuch der Technik hätten wir Drachenweg-Experte und B-Massel-Experte. Gibt das XP? 2.100. Nicht wirklich, jetzt so... Nimm trotzdem an. Machen wir. Okay. Dann haben wir noch... Das waren alle, ähm, Standort bei mir. Ach, nee, hier. Drachenweg mindestens schwer, ein Kaktusblüte, Drachenweg mindestens schwer, 0 von 2. Nimm an. Und das war jetzt wirklich alle bis auf das Gildengründungsformular proben wir aber nicht nochmal. Bis auf das Gildengründungsformular war das dann alles. Okay, also sagst du Drachenweg. Ja. Ja. Auf Experte. Ja. Alles klar. Spiel ist auf abbrechen, Jan, ne? Das ist richtig. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass ich meine Musik vergessen habe, ich mir doch gut anzumachen. Das macht sich immer gut. Naja, nicht mein Problem. Krieg ich erstmal auf, warte, pass auf, leih! Ja, gut, mach du die halt. Da kriegt der halt hier oben auf die Fresse. Hallo! In der nächsten Folge wird dann wieder... Oba! ...wird dann wieder Musik vorhanden sein. Kommt mal auf den Haufen, die ganzen Viecher hier. Kommt. Warte ich erstmal auf die Fresse und ihr seid alle tot. Dankeschön. Toll, jetzt hab ich's nicht gesehen. Ja. Außer der eine Ex. Ich hatte überlebt. Der war Zeug jetzt, hast du getötet. Der ist Inbar. Geh? Ja, auf jeden Fall. Und auch ein Inder. Auch Inder, cool. Ah, nochmal lustig, ne? Das ist der erste Inder, den ich persönlich kenne. Du hättest aber trotzdem eigentlich lachen sollen, ne? Finde ich jetzt total un... ...schönen von dir. Ja. Gut, freut mich. Oh, ein Komodo. Ich fühl mich gefährlich. Nein, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich bin nicht in Gefahr, ich bin nur noch kurz geschäubert. Ah, du bist nur... Klar. Ja. Das war jetzt voll für du cooles nochmal, weil ich's einfach kann, ja? Ja, du wirst ein Schutzabzeichner halten, freust du dich? Oh, ich bin irgendwie... Du bist mit klein. Ja, du hast so... Du hast so ein Trankgekrieg gekriegt. Ah, ja. Lol, das ist ja gebaff, ey. Siehste, jetzt bist du wieder normal groß. Ah, cool. Interessant. Erden Zerstörer. Hab ich ja noch nie gehört. Ist auch nicht. Was war das früher nochmal, die Matchkanone, gell? Ja. Ja. Matchkanone. Kannst du die noch? Nee, ich könnte es auswählen, ja, habo. Matchkanone. Matchkanone. Flamenau-Pune. Wirbelwind. Gehst du mal wieder aus dem Weg? Ja, warte. 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 Es ging nur darum, dass du nicht angegriffen werden solltest. Ja, aber das war dann wohl zu spät. Gut. Da sind übrigens seine Kaktusblüten. Ja, ja. Machst du den? Ja, ja. Aufruf ich froh. Ja, ja. Hatte ich sowieso vor. Egal ob es mich heute alleine. Verräter, hm? Ja, ja. Das ist asozial von dir. Ich bin auch asozial. So kennt man nicht. Hey, wir haben einen Gilden Ehrenpunkte erhalten, siehst du es, oder? Es ist nur, weil ich der Gründer bin. Ja, ja. Wo siehst du das? Das ist da vorne aufgeploppt unten rechts. Gerade eben. So ein weißes Feld. Gilden Ehrenpunkte halten. Mach doch das kaputt, Mensch. Und statt hier rum zu tanzen. Ja, Mann. Übrigens danach gleich auf nach Hause, gell, wollte ich nur mal. Yes, of course, ma'am. Wir sehen jetzt schon wieder 24 Minuten, so wie ich das sehe. Hm, hm, hm. So viel zu uns. Keine, keine 30 Minuten. Hm. Ich sehe schon, wir halten das stetig durch. Hm. Das wird uns sicher leicht fallen. Total. Tschüss, Saurus. Weißt du was, ich vermisse den Endgegner. Ich auch. Wie, je. Damals war noch alles einfacher. Kryon! Nee. Is ryalen. Ich spreche jetzt peiperisch. Nee, das meinte ich nicht, ich meinte der forgotten. Ach so, Mega Windwäger, total schwach. aber halt mega noch ist bescheid verstehe schon übrigens ich sagte noch mal wenn die saurusse hinter sich mit ihrer Keule dreimal auf den Boden schlagen aus dem Weg also durch einstammt noch mal selber und so ja richtig alt für uns habe ich dich sogar ganz ganz merkwürdig verstanden es war gerade wer ist es das Wort das war meine neue Sprache das war 8 Uhr achten es war die neue Sprache ich deutsch mich jetzt um du deutsch dich um hast jetzt vom Computer abgeguckt oder wie ja na klar 1 0 1 1 1 0 0 1 0 so ein Let's Play stelle ich mir ehrlich gesagt scheiße vor stell dir vor du machst Battlefield 1 1 0 0 machst du das mal vorne bitte nein ich bin auch mit hinten das macht viel Spaß Alter sind das viele kommt noch mit hinten alle komm boah alter dann müssen wir nachher wieder zurück wenn ich aaaaaaah ich bringe den Scorpion King mit nach hinten zu dir ok ist das ein Deal ja mach den doch jetzt vorne ich bin doch jetzt einmal Alter bist du ein bist du ein Eimer Eimer Abdallah ich will für dich auch ein bisschen Action mit dabei haben ich hab total viel Action auch ohne dieses Viech auch ohne dieses Viech ja da bist du wieder beleidigt boah ich seh mir nicht ein warum man so viel Blödheit hat nachher wer sehen wir wie ich ausraste das wird dann passieren nachdem wir unseren dritten Kameraden dabei haben er wird mich so oft auf die Palme bringen das kann ich aber versprechen mach dich auf etwas gefasst die und er kommt schon oder was ja und es ist ein bisschen D nein zu wenig Mana ich wollte gerade die drücken und zu wenig Mana ist offen und das hat das Trello schon also das Special Power Special Powering Move kommt weißt du so ein Power Rangers Wesse Super Power Rangers Oha Junge Wer guckt so was heutzutage eigentlich noch Rick und du Rick und du Ok also damit meine ich nicht mich Ok hast du einen schon kalt gemacht und Rick auch nicht ich meine den Psymonym Psymonym klar Reginald Lord Reginald Ist das nicht ein Affe aus SpongeBob? Jaja Ich überleg grad wo der Vorkommen also auch mit dieser Rückenkratzen Nasenbohr Maschine Kanzler Professor Dr. Patrick Kasse Zettel und was freigeschaltet Yippie Ach so oft nur was aus Schlammfröckchen auch den Hälber auch den hatte ich schon ja und ich aber nicht ja und ich aber schon und ziemlich